Musik Herzlich Willkommen bei unserem neuen Online-Format mit dem Namen Musikfenster Bottrop. Auf diesem Kanal wird es demnächst jede Woche neue Musikvideos geben, mit denen Musikerinnen und Musiker, die in Bottrop aktiv sind, ihre musikalische Visitenkarte abgeben. So können Sie allmählich die Akteure unserer heimischen Musikszene kennenlernen und Sie bekommen einen guten Eindruck, auf welch vielfältige Art in Bottrop Musik gemacht wird. Die Videos werden immer montags online bestellt und Sie erwartet damit jeden Montag eine neue musikalische Überraschung. Nächste Woche, am Montag, den 7. Februar, geht es los mit dem ersten Musikvideo, das ab 11 Uhr verfügbar sein wird. Wir hoffen auf einen großen Besucherandrang für unseren neuen musikalischen Wochenkalender und rechnen auch mit Ihrer regelmäßigen Teilnahme. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit den Musikvideos und erzählen Sie es weiter. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit den Musikvideos und den 3. Februar, geht es um den Musikvideos und den 3. Februar, geht es um den Musikvideos und den 3. Februar, geht es um den Musikvideos und den 3. Februar. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit den Musikvideos und den 3.het